Die Mannschaft wird dann nicht besser mit ein, zwei möglicherweise besonderen Spielern, die allerdings dann auch ihre Leistung abrufen müssen. Die Mannschaft wird besser, indem sie interne Konkurrenz hat, die gleichen Ideen hat, sich auffangen kann in schlechten Phasen und dem werden wir in Zukunft, meine ich, arbeiten und ich glaube, das wird dem Verein auch gut tun. Die Mannschaft wird dann nicht besser, indem wir in Zukunft, meine ich, arbeiten,